Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder, zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Äh, ja, hallo, bevor dieses Video an der Stelle losgeht, wollte ich euch noch ganz kurz was Wichtiges mitteilen, nämlich betreffend zu dieser Aufnahme-Session, also wichtig für dieses Video. Äh, OBS hatte einen Fehler während dieser Aufnahme, beziehungsweise diesen zwei Aufnahmen. Äh, was der Fehler ist, äh, der Spiel-Sound von Mario, der wurde nicht aufgenommen. Also, ja, bei mir ein OBS hatte ausgeschlagen, dass der Sound aufgenommen wurde, es war nicht gemutet oder irgendwas in der Abo, bevor ihr das denkt. Aber komischerweise wurde der Sound nicht aufgenommen und das ist uns erst am Ende der zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, aufgefallen. Ich erwähne das extra. Ich habe nachträglich zumindest aus den einzelnen Leveln die Hintergrundmusikstücke, äh, aufgenommen und, äh, dann mal so bei den einzelnen Leveln jetzt hier in den Hintergrund gepackt, dass ihr zumindest die Sound-Facts habt. Äh, beispielsweise wenn unsere Charaktere springen oder beispielsweise ein Item benutzen, da wird der Sound fehlen, auch wenn wir irgendwie einen Gegner fertig machen, dass ihr da die Sound-Effekte nicht habt. Äh, ich wollte nur, dass ihr diese Info habt. Das gilt für beide Parts. Also für, äh, für diesen als auch für den anderen, den ihr noch sehen werdet, beziehungsweise schon gesehen habt. Jetzt nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit dem Video und behaltet diese Info im Hinterkopf. Ich weiß übrigens nicht, woran es gelegen hat, dass, äh, der Sound nicht mit aufgenommen wurde. Ich hab's danach irgendwie gelöst bekommen. Aber sowohl ich und, äh, als auch Sunny waren während der Aufnahme, beziehungsweise als wir das geprüft hatten, sehr verwirrt. Also, ja. Viel Spaß mit dem Video, sag ich da einfach nur. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu euren Mario Bros. bei Super Mario Bros. Wonders, zusammen mit dem Sunny. Hallo! Jo, beim letzten Mal hatten wir Spaß auf einem fliegenden Schiff, haben uns geschrottet, dann hatten wir noch weiteren Spaß in luftiger Höhe, sind im Kreis geflogen und heute werden wir nicht den Anschluss verlieren. So heißt sogar das Level. Dann, auf geht's! Ach, warte. Das brauchen wir, glaub ich, wirklich nur bei Lava Level und so weiter. Oh, um Gottes Willen, es regnen Blitze. Guck mal, sie haben den Magma-Typen ersetzt. Ja. Machen wir uns, äh, oh, um Gottes Willen. Ah, wir können, okay, wir können uns hier noch erweitern quasi. Ja, aber unsere Strecke verschwindet auch. Danke, Vögelchen. Und Feuer! Wiii! Ah! Es ist ein schönes Level. Kann ich die weghauen? Nö. Oh, frech. Ich wollte sagen, bleib da unten. Weil jetzt kommen wir an das Ding da nicht dran. Ich hoffe mal, dass das keine der Münzen ist. Aber ich konnte auch gar nicht unten bleiben, das war das Problem. Doch, du warst klein, du hättest dich dazwischen quetschen können. Nein, da war kein Platz dazwischen. Doch, von der Seite aus, Guck. Da hättest du durchgepasst. Ach, du meinst da unten, ja, okay. Ich glaube, da wäre eine der Münzen gewesen. Dann machen wir das jetzt halt nachher nochmal. Ja, da war definitiv eine Münze. Endlich die Blitze, zieh sie weg. Oh, sie sind gütig zu uns. Da oben ist eine Münze. Zielen, warte, zielen und Feuer. Ja, da war definitiv die zweite Münze drin in der einen Blume. 100 pro. Die müssen wir nochmal holen. Jo. Hallo. Ja, ey, ich glaube, da bin ich. Dein Ernst? Ah! No! Es ist einfach in den Abgrund gesegelt. Dann darf die Dinger, glaube ich, nicht instant aktivieren. Da! Wir haben das alte Ding wieder nicht. Ach, die werfen das mehrmals, okay. Ich würde sagen, vielleicht werfen sie es mehrfach. Dann gibt es keine Probleme. Ja, wir haben alle fünf. Dann kommen wir kurz. Die Zeit läuft ab. Ich glaube, Sprinten bringt hier nichts wirklich. Vor allem auf der kleinen Plattform nur. aber wir müssen jetzt wegen dem einen liegen dann doch bei ihr rein auch verdammt egal so lange es einer von uns hat das ist gut jetzt müssen wir die eine münze noch mal nachholen ich habe es gefahren ich habe gezielt aber nicht gut doch ich habe auf den abgrund gezielt glaubst du mir das nein hat ich pass da noch durch geschafft spring aus aber die lagen richtig das war die münze ja hatte ich ja auch noch eine rettung sprung eigentlich ja das ist aber daneben gehüpft naja jetzt kommen wir doch so dran kommt aber für eine lange leitung haben ja gut irgendwie muss ja ohne den sprung gehen ja damit haben wir die zähne mit zudem wieder angekommen diesmal haben wir die zweite münze juhu auf der ebene haben wir dann jetzt alles fertig ich suchte das versteckte secret ich glaube hier gibt es keins ich bin schon gespannt auf den boss palast des welchigen gebirges schwierigkeit grad 4 das wird spaßig hier ist der rettungssprung eventuell sinnvoll ja ist das unheimlich hier nie richtig kuschelig oh säure noch ein piranhas die auch noch laufen können war doch klar dass das was auslöst ich kann sie ach so okay die geht runter die andere geht hoch geben auch die die hochgegangen ist ich bin dabei warte vielleicht kannst du mich damit hochschleudern ne würde auch nicht funktionieren mögt ihr nochmal rauskommen danke ich erwarte irgendwas damit zu öffnen ja ok die wollte uns nicht reinlassen ich will mir mal eine elefanten auf abruf behalten weil sie den noch mal brauchen je eine röhre da die kam gerade hoch ok ich weiß wofür ach wieder sowas oh nein das war beim letzten mal schon lustig ja mein kleiner bruder ja hier ist es auch wieder so dass ein paar sachen runter kommen wenn man sich duckt ich fände auch die musik ziemlich geil wenn du unten bist dass die dann anders ist als wenn du oben bist oh verdammt ja auf meiner reichen danke ja immer gucken ob irgendwas runter kommt ne hm wir hatten ja schon mal dass ich so eine münze dann versteckt hat da ist eine münze ok die haben wir das ist sogar erst münze 2 wir haben keine verpennt da ist münze nummer 3 die waren ja echt nah beieinander ja na gut müssen jetzt nur noch level schaffen wiii aua oh das war noch knapp ey mhm ich war zu gierig ja warst ich finde es auch schön dass man bei dem modus äh sich in der luft mehr oder weniger äh so klein machen kann und auch so wegducken kann guck mal wapp 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 ich halte mich auf mittlerer höhe boing ich finde das ich finde mit der musik auch mega cool und vor allem ich finde es schön du respost mit einem pilz ja basically wie gesagt ich finde die musik auch mega cool wenn du klein bist ist sie ganz schwach zu hören wenn du groß bist einfach so schön laut schön hoch auch das ist mega cool ok jetzt kommen die hammer brüder ich wollte es umbringen ich habe ihn umgebracht du wolltest ich habe es gemacht hab ihn so jetzt kommen wieder die ganzen sachen so muss ich machen ok hab es sehr schön ist immer noch cursed as hell warte aber hey die 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 Was kannst du eigentlich? Ich bin bei der Blume gesprungen. Ja, dann musst du das ja abschätzen, wenn du bei der Blume springst, hast du dann natürlich der Prietum, das ist doch klar. Hey, ich sei das ja. Du musst drücken. Achso. Leid, die Gott ist mir hier hochgeklettert, nur mit mir zu spielen, ja? Natürlich. Tja, wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spiele ich eh mit euch. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen. Also übt besser jetzt schon mal eure besten Panikschreie. Okay? Ah! Nein! Das muss doch wehtun, wenn so ein Elefant auf dich draufhüpft. So, siehst du wieder so aus wie beim letzten Mal? Ja. Ah, verendet die Map. Jetzt haben wir hier Eis. Überhaupt nicht ekelhaft. Wir sind näher dran. Hab ihn. Er ist nur der erste mich reingesprungen, er hat mich also irgendwie... Äh! Honig! Honig! Das ist kacke! Geh mich zu. Versinken wir? Ne, tun wir nicht. Okay, das war knapp. Das war knapp. Ich war mit dem Honig am Schlöfen. Nein! Du blödes Dreck, der hat sich aufgehört. Die Böde warnt. Okay, du hast ihn erwischt. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich ihn. Nicht? Ah, jetzt hast du ihn. Okay. Ich bin an ihm abgeprallt. Ah, okay. Aber wir haben ihn. Juhu. Hier ist die Welt wieder schön. Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du hast ihn getroffen, als er hat sich gleichzeitig auch getroffen. Hä? Ihr habt getradert. War fit. Ah ja, jodeler, jodeler. Hihi! Lötchen, der Prinz, können aufatmen. Der Königshaben des Wölkchengebirges gehört nun ihn. Mario ist irrelevant. Doch der Weg vor ihnen ist sogar noch gefährlicher und ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Werden sie Meister, was vor ihnen liegt. Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Ja, du hast immer der, der die Krone hat, wird erwähnt. Ich weiß. Das war noch nötig. Ja, natürlich war es das. Na dann, ab in die nächste Welt, würde ich sagen. Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Warte, nicht Insta drücken. Hier wird ein ziemlich starker Wind, also hält ihr dich gut fest. Können wir jetzt wirklich nicht bei den Gebieten da unten da lang? Dann müssen wir doch eigentlich irgendwo noch recht gekonnt hätten, oder? Ach, jetzt brauchen wir wieder den Define, auf jeden Fall. Also los, Königssamen, vertreib bitte wieder eine der Piranha-Wolken, die Bowser beschützen. Der Tod, der freut sich. Vier Wolken sind's noch. Hatte gerade irgendwas von Ritchies Mansion. Ein bisschen, ja. Oh, das hat funktioniert. Danke, die Veränderung der Hilfe. Am besten machen wir gleich weiter. Aber wo? Ach, ich weiß. Die Güldenfälle. Ganz oberen Wasserfall soll es einen Königssamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfällen gehen. Also jetzt hier lang? Ja. Ja, da kriegen wir auch wieder was. Da haben wir ein Wickler-Rennen vor uns. Äh, da oben bei der einen Welt. Hier bei den Wölkchen-Gebirgen. Guck mal, können wir da nicht nach rechts? Jetzt will ich eben kurz gucken. Aber eigentlich müssen wir da doch auch nach rechts können. Guck, der Weg führt ja auch da drinnen. Ja, wir können hier noch nach rechts. Dann sind wir nie lang gegangen. Das perfekte Timing. Ja, stimmt. Die Welt hat mir noch nicht gemacht. Ja, nein, das wird vergessen. Ja. Das perfekte Timing klingt schon so, als ob wir das verkacken werden. Ja. Hier brauchen wir ziemlich sicher eine Rettungssprung. Mir kam das halt in Spanisch vor. Hä, wir haben doch diese Pünktchen, die wir nach rechts führen. Stimmt, an die hatte ich halt gar nicht mehr gedacht. Oh nein. Klingt direkt ein Wundersamen. Ach du Kacke. Achso, ein Devil. Bam. Bam. Okay, ich kann mich zurücklehnen. Ba, 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 ba. Oh Gott. Ah. So, ich war zu langsam. Ich war zu sehr von der Musik gefangen. Aber guck mal, hier unten ist auch eine Flagge. Die können wir in sind schon mal mitnehmen. Nehmen. Ja, wir geschafft. Und dieses Fragezeichen dahinter. Level beendet? War nicht die richtige Flagge. Aber wir haben sie mitgenommen. Müssen nochmal rein. Warte mal, dann nehmen wir aber... Den Hochsprung mit. Ja. Ah ne, wie fällt die? Ja, doch. Können wir auch. Kann man sich noch so ein bisschen in der Luft retten. Das bringt absolut gar nichts, heute das Gefühl. Ich glaube, da wird sie mal ganz vorne sein. Haben sie. Um Gottes Willen, es wird schneller. Nein. Nein, ich muss alleine. Du schaffst das. Nein. Oh no. Doch, ich habe eine größere Hitbox. Das bringt es. Wenigstens können wir hier nicht sterben. Ich suche Secret. Es gibt nicht Liden, weil Level 1 Secret Exit. Doch, da unten ist doch das Secret Exit. Nein. Ein Stück zu weit. Ich muss mich gerade konzentrieren. Okay, ich bin im Level Tides voraus. Oh nein, es wird noch schneller. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein. Oh, da wäre das Ende gewesen. Aber die Mütze machen wir schon mal. Ja. Scheiße, zu früh. Ich bin im Level Tides. Oh, ich habe es. Ich habe es. Oh, sehr schön. Jetzt muss ich hier nur noch die Flagge schaffen. Oh, der Druck. Der Druck. Das ist absolut kein Druck. Alter, wir haben jetzt eine halbe Stunde hierfür gebraucht. Aber es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Abzeichen Test. Profi Sprungfeder 1. Uns wird ja eh vorgelegt. Warte, das ist ein neues. Das ist ein neues Abzeichen. Sprungfeder. Wegst du durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Boinga. Ungeboinga. Es ist lustig. Ja. Oh, verdammt. Zu früh. Ja, hab ich. Nein. Zu kurz gesprungen. Haben die Münzen. Kurzgesprungen. Belegt er noch nicht hundertprozentig durch? Und hat mich die Kamera mitgezogen. Schaffst es. Tatsächlich schaffe ich das noch. Bye, bye. Ciao. Da geht es noch mal weiter. Warte kurz. Toll gemacht. Ja, das sagt er uns immer. Das kann man ja auch übersprechen. Nein. Warte kurz. Ich gucke nur kurz was nach. Hier hat das Spiel doch nicht stumm. Oder? Oder mir fällt es nicht auf, weil ich hier das anhabe? Oder ich gerade reinhöre? Irgendwie fehlt die Spielmusik. Hä? Ähm, mach mal noch nicht. Ne, ne, alles gut. Ja, Leute. Hier ist die Aufnahme-Session dann auch schon vorbei gewesen. Ich hatte ein Outro mit Sunny aufgenommen. Die Datei hatte ich leider verschludert. Tut mir leid, Leute. Und außerdem tut es mir leid, natürlich, dass der Game-Sound nicht mit aufgenommen wurde. Da geht die Schuld aber wirklich komplett an OBS, weil bei mir in OBS hat die Switch da ausgeschlagen vom Sound her. Wir wissen nicht, was der Fehler war, warum der Sound nicht mit aufgenommen wurde. Weil er sich über was anderes aufgenommen hatte. Hier über einen anderen Reiter, der auch über die Capture-Card aufnimmt. Da hat er es komischerweise dann aufgenommen. Das war mega merkwürdig. Ja. Ich hoffe, dass euch trotz dieses Fehlers das heutige Video und vielleicht auch das vorherige Mario-Video gefallen hat. Es war eine Heidenarbeit, nochmal die ganze Assaults aufzunehmen und einzufügen. Also ich habe deswegen dreimal so lange wie sonst im Schnitt gesessen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.